Liebe Kinder, liebe Eltern, wir freuen uns sehr darüber, mit euch gemeinsam den Mini-Lückkasten mit der Maus und den Elefanten zu entdecken. Der Lückkasten ist eine spielerische Lernhilfe. Es gibt verschiedene Aufgabeserien. Dabei steht Lück für Lerne, Übe und Kontrolliere. Unser Lückkasten, den wir euch heute vorstellen, ist für Kinder ab fünf Jahren. Ihr findet auf der ersten Seite eine Erklärung. Oder ihr bleibt ganz einfach in unserem Erklärvideo. Und nun geht es los. Bevor ihr starten könnt, legt ihr die roten Zahlen auf die schwarzen Zahlen. Dann klappt ihr in euer Heft die untere Seite auf den durchsichtigen Deckel. Oben steht die Aufgabe, die ihr machen sollt. Nun nehmt ihr das Zahlenplätzchen mit der roten Zahl 1 in die Hand und schaut, wo die 1 hingelegt werden muss. Die 1 kommt auf die 1. Die rote 2 kommt auf die 4. Die rote 3 kommt auf die 6. Die rote 4 kommt auf die 11. Die rote 5 kommt auf die 7. Die rote 6 kommt auf die 3. Die rote 7 kommt auf die 5. Die rote 8 kommt auf die 9. Die rote 9 kommt auf die 2. Die rote 10 kommt auf die 12. Die rote 11 kommt auf die 8. Und die rote 12 kommt auf die 10. Nun habt ihr die Aufgabe zu Ende erledigt. Und jetzt kommt der große spannende Moment. Ihr klappt den roten Deckel um. Und seid hoffentlich so gespannt wie ich. Haltet das obere und untere Deckel zusammen. Und legt langsam den Lippkasten nach unten. Und wir bleiben gespannt. Und schauen uns die Lösung an. Und wir haben alles richtig gemacht. Denn ihr seht, hier oben auf der unteren Seite, oben rechts, die Lösung. Alles richtig gemacht. Das war Spitze. Unser Erklärvideo könnt ihr auch in den Sprachen Türkisch, Arabisch, Kurdisch, Italienisch, Rumänisch, Polnisch und Russisch erwerben. Wir wünschen euch ganz viel Spaß dabei.